Also soll ich das... Also soll ich schon mal rauswerfen, auch wenn es regnet? Ja, ja, fang schon mal an. Ich ziehe mit dem Schuh an, hier kann er mich draus sehen. Okay, Leute. Pappe wegwerfen am Tag. It's on. Und ich schwöre euch, ich muss das einfach legit aus dem Fenster werfen. Das wird alles zum Influencer sein dazu, Leute. Kannst du das Statschi sehen? Ja. Hallo, willst du mal machen? Aber das ist ein Video. Sing mal wieder den Slit. Nimm mir Pika-Pikachu. Aber ich habe den Knopf drücken. Poto aber. Oh, hast du das wieder zum Eingang, ne? Genau. Aber guck mal, hier im Garten kann einfach keiner reinschauen, ne? Aha. Also, das ist eine Pika-Pikachu. Das ist ein Ardrek und so können wir... Ja, Ardrek will ich auch machen. Ja, äh, das ist noch Ananas für uns. Papa? Das bleibt aber, ne? Ab hier könnten wir lassen. Und da die Fläche machen wir anders. So Leute, wir sind gerade bei unserer Hausbesichtigung. Das ist unsere zweite Hausbesichtigung. Wir haben das Haus schon gesehen. Wir sind total verliebt. Vielleicht wird das unser Haus. I don't know. Der Karten ist so friedlich, ne? Das sieht so schön aus. Ich kann euch innen drin etwas zeigen. Oh, die Kinder sind da. So, babe. Guck mal, das ist Jachis Haus. Findest du schön? Hier geht's rein gleich. Hast du schon gesehen? Ja. Und guck mal, da ist Jachis Garten. Guck mal, Jachi hat so einen großen Garten. Da macht Jachis Garten. Oh, Jachi, hier ein Spielplatz. Das ist so big. Findest du schön? Komm, wir gehen rein. Oh, mit dem Wasser. Okay. Ah, der Jachis Haus. Jachis Haus? Ja. Wo sind die Sachen? Die Sachen sind noch nicht da. Müssen wir noch hier hin tun. Guck mal, Garten. Da gibt's auch einen Bach. Ah, der möchte nur Bach der Kalkion hier. Guck mal, auch ein Brunnen. Holly. Was ist das? Das ist ein Brunnen. Das ist große. Ja, das ist ein Brunnen. Nein, ein Stadling. Ja, da kommt dann Wasser. Oh. Ja. Da kommt dann Wasser. Hier, guck mal, aus diesem Loch kommt dann Wasser. Das sind Jachis Fögel. Tut das immer so leid. Die Kinder haben uns eigentlich nur immer miterlebt, wie wir bei denen waren. Kommt da kein Wasser raus. Da haben die ausgemacht. Ja, hier haben wir überlegt, vielleicht Büro zu machen. Ach so. Genau, weil das ist eine Schiebetür. Hier. Wie haben wir das gemacht? Ab umhauen. Haben wir auch gedacht. Das ist das Wohnzimmer. Das ist das Wohnzimmer, hatten wir überlegt. Weil dann könnten wir hier Fernseherwand machen. Und hier wollten wir Küche machen. Also die Küche ist hier um die Ecke. Aber ihr werdet sehen, die ist richtig eng. Hier, guck mal. Ach so, das ist eine Kombi. Ja, aber das ist halt in der Kortai. Und wir wollten das hier hinziehen. Und dann machen wir hier eine Insel hin. Und hier die Küchenwand. Komm schnell. Und Sim, weil ich euch hier überlegt hatte, hier kann man so eine Hängebank machen. Einfach zum Chillen. Das geilste, wirklich das geilste ist die Pantry. Wir haben das so schlau gemacht. Das ist die Küche gewesen, ne? Und das hier ist Pantry. Guck, guck mal, guck mal, wie geil. Können wir jetzt auch gehen? Ja, können wir auch. Und die Küche machen wir weg. Hier machen wir, hatten wir überlegt, welcher Esstisch, so ein kleiner Esstisch. Und da. Und da kommst du wieder in den Flur. Oh, geil. Ja, aber wir wissen nicht, ob wir die Tür behalten. Und Philipp, weißt du, die haben den ganzen Garten. Mit elektronischem Rasenmäher. Ja, der musste nur docken und dann... Wait a minute. Nein, das ist Garage. Hier kommt Porsche. Chachis Zimmer. Heute, Chachi, Ninika, Ugi. Und das ist Kästezimmer. Hier kann Subic mit Pua alles zusammen hier Nini machen. Findest du schönes Haus? Ja. Will Chachi dann hier bleiben? Will Chachi hier bleiben? Ja. Schau, traust du dich. Trau dich. Oh, wenn Pua gekommen, dann bleiben wir oben. Schau, du regalierst. Hier sieht schön aus. Sie bin nicht geträchtigt. Schau, du kippo, ja. Hier in diesem Haus? Hier in diesem Haus? Oder bei deinem Haus? Ja. Bei meinen. Bei meinen Hauskinder. Wenn du gerne hast, dann hat dein Haus kein Keller. So, jo. Und damit ich immer jetzt mit vorne mache ich so. Oha. Und dann werde ich sagen. Hallo, Hida. Okay. Oh, wir heute Baubau wie das da. Wir Baubau heute. Ich schwöre es ja, wenn diese Hunde auf mein Grundstück kacken. Ja. Leute, das geht mir viel zu schnell. Am Montag ist einfach der Notartermin. Wir haben jetzt so ein bisschen hin und her. Also wir haben heute Donnerstag den 23. März und wir haben Montag einfach den Notartermin. Am 27. Leute, das 27. Also am 27. September ist Love und mein Jahrestag. Und ich habe eben das Gefühl, that's a lucky number. Das sehe ich. Muss ich mal schauen. Eigentlich gibt es im Haus ordentlich viel zu tun. Und falls ihr jetzt schon einen Namen fürs Haus habt. Leute, ich war schneller. Das Haus Delon. Ich weiß nicht, Leute. Es wird auf jeden Fall eine richtig krasse Sache. Von allem es wird einfach das erste Mal, dass Love und ich sozusagen alleine wohnen. Ähm. Ich freue mich auch. Aber auf der anderen Seite. Zum Beispiel heute mussten wir auf die Kinder aufpassen. Heute Morgen. Und... Ich habe noch nie alleine gelebt. Literally. Ich meine, ich lebe jetzt auch nicht alleine. Aber... Das macht mich so emotional. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Ja, ich schau's. Wir haben neue Böden, die wir jetzt nicht machen. Wir haben neue Böden, die wir jetzt nicht machen. Wir haben neue Böden, die wir jetzt machen. Hey, save! Heilig, Saigon! Saigon, check out the mood! Ah, Vicky! Check out the mood! Saigon! Diese Mood ist auf. Nächste Woche bei Miete Delos. Wir gehen uns heute Küchen anschauen. Die, glaube ich, du kommst am nächsten Mal. Dann schon Meter 40x Meter 40. Oh, thanks. I just wanna give you all I can.